du bist ja so schlau stimmt das du bist ja so schlau wenn es winter ist ein meter was ein meter wo du sie tief ein du antwortest die frage schon vorher ist echt beeindruckt von dir liebe zuschauer mir muss ich ja richtig loben der liest sich alles durch der forscher alles nach und der macht sich richtig schlau damit also echt ich bin beeindruckt von dir wenn ich da in transylvanien könnt ihr mir im vampire schicken was kannst du nein aber ich will die kabine so herstellen dass man dann die angst vor uns haben und